So, hey Leute. Willkommen zum nächsten Part. Wir müssen jetzt kurz was essen. Und dann zu Samuel. Und ja. Gehen wir weiter, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr noch für Spiele sehen wollt. Ich hab ganz viele Spiele. Ich hab knapp 300 Games irgendwie. Vielleicht ist ja eins dabei davon, dass man auch noch aufnehmen könnte und so. Muss kein Story Desperse sein. Einfach Games. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Was sagen Sie dazu, Corbo? Die Caldwin Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal rauf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie Leben zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissen als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei... ...unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corbo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Okay. Das ist jetzt klar. Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Weinen. Ja, kapieren. Aber wenn wir doch hier mal sind. Was dann? Beißt mich drauf hin. Auf die Ausgangssperre? Nein! Du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut verstanden. Du musst mich nicht anschreiben. Zu Tode prügeln. Schöpfe! Nur den Waffen! Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ich finde dich schon noch. Wo bist du? Tja. Darf du das nicht. Das ist ein Rattner. So, dann sammeln wir Baupläne um Verbesserung... Ah, entschuldige. Was ist so ein... Was ist so ein Wahl-Ding? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Daher ist auf der Vorwärter er семьte. Daher ist es auf der Öspurt. Die Ausgangssperre endet. Daher ist auf der Öspurt. Das macht auch Spaß. Die Salaten da unten sind ey, ich bin froh, dass ich da die Rad drüber schicke. Ja, du weißt nicht. Nein, du weißt nicht. Keine Fähigkeiten, das ist ja jetzt scheiße. Ah, die Hände beschissen. Achtung Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regentenherrs ab und fort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Orgwindrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Da habe ich keine Chance mehr für gestorben. Verdammt seien die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Ich weiß nicht, dass du hier bist. Da bist du ja. Ich wusste, dass ich am Arsch war. Ich wusste es. Wenn sie die Ladezeit kürzen. Soll ich Tiefnen? Hör euch den großen Nichts, du Schwein. Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Äh, wo kommt die denn auf einmal her? Buhle im Arsch. Ich brauch dringend was zu fressen. Ich brauch eine blaue Kapseln. Bumm, ja, ok. Ganz vorsichtig jetzt sein. Aber gut, das ist auch gut, das ist auch gut. Auch nicht schlecht. Gut. Jetzt ist die Rühne. Genau über mir. Das ist natürlich ein Jackpot. Gute scheiß Rühne, bitte. Ach ne, sagt mir nicht, dass sie da drin ist, oder? Das ist das Abfuck. Das muss der Wunder drin sein. 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 Das ist ganz geil, dass man hier auch so hin und her kann. Ah, belastend. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ah, wieder wegfällt. Ah, wieder wegfällt. What the fuck? Wir wissen, dass du hier bist. Oh Gott, ich muss nicht aufpassen. Wie willst du aufpassen gerade? Wie willst du aufpassen? Wie willst du aufpassen? Boah, bist du da? Wenn ich dich finde, wirst du nichts zu machen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschaue. Wie willst du aufpassen? Oh fuck. Ja, ist richtig. Ich bin tot, ich bin tot, Leute. Ich bin tot. Keine Chance. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Angliots. Oh fuck! Was? Jetzt soll ich noch schnacken! Jetzt bist du Fischfutter! Aber egal, ich weiß jetzt schon welchen Ansatz ich machen muss. D Toilers Hilfe! Heißt das? Es ist ein deutlich einfacher für mich, wenn ich den Einzug war. Hunde, was ist denn das? Sieht aus wie ein dober Mann, aber enthässlich. Soll ich ja eigentlich gleich das Spiel haben, theoretisch gesehen. Soll ich das? Okay, das funktioniert nicht. Dann müssen wir sofort tot. Das ist belastend. Gut, dann müssen wir das... Nein, nicht schon wieder. Okay, dann lassen wir auch nicht wieder einen hierher. Okay, dann lassen wir auch nicht wieder einen hierher. Alles klar, Digga. Schieß doch, Digga. Alles klar, Digga. Schieß doch, Digga. Was ist das für unfair, Digga? Halt auf ihn auf! Aus der Schusslinie! Passt auf! Was für Farschen. Somit sind meine ganzen Tränke weg. Oh, läuft ja. Oh Gott. Ja, GG, Alter. Hä? So, wie... Warte mal! Zu den Waffen! Warte mal! Warte mal! Jemand ist tot! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist! Abschaue! Nicht möglich, ja? Ich finde dich! Sie ist allein worden, sie aktiviert! Bin ich doch auch! Ja, gelassen, ne? Was genommen? Ebenfalls! Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen! Ich werde dich den Hunden vorwerfen! Was hat das für eine Reaktion, bitte? Warte, zu mir! Ja! Ich muss sagen, es wird immer schwerer hier! Ich muss sagen, es wird immer schwerer hier! Es macht extrem viel Spaß, weil es extrem fordert ist dieses Spiel! Ne? Also... Kann ich echt jedem empfehlen! Geile Spiele, aber Spaß! Viel Spaß! Auch wenn es alt ist! Ich kann jetzt was? Ah ok... Ich kann jetzt was? Ah ok... So, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo bin. Wo ist die Frage, mein Lieben? Wow, ich bin so ein Idiot! Sorry! Bleib so ein Sprachniff, wo sind wir jetzt? Ah, okay. Nein. Soll ich mir mal die Wahlölreserven ansehen? Warum? Die Lichter gehen doch. Oh Gott! Ich sollte schlafen gehen, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Und seit... seit 1 Uhr wach oder so, keine Ahnung. Oh Gott! Soll ich mir mal die Wahlölreserven ansehen? Warum? Die Lichter gehen doch. Ah, ich hab nichts zu tun. Kletter gern die Säulen hoch. Lass bloß die Öl-Takti, sonst gehen die kaputt. Keine Ahnung, warum ich immer mit dir Dienst schieben muss. Ah! 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 Sahne Ahnung! Was ist hier? Ah! 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 Huh? Huh? Okay. Huh? Huh? Basta! 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 Okay. Folg mir! Ich zeig dir das Versteck! Niemand hat mich gesehen! Du wirst es mich bereuen! Mach mal halbe halbe! Jetzt wo ich frei bin, bin ich ganz der Alte! Dumpensammler! Was hat er denn? Aus der Schusslinie! Oh wow! Oh man war da unter mir und... What the fuck ist das denn? ETF! Huh? ... ... ... ... ... ... Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ja, da wollen wir rein. So, ich würde sagen, machen wir erst mal einen Cut und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein! Tschau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017